Hallo alle zusammen! Heute habe ich endlich eine Zeit gefunden um ein kleines Video zu drehen. Heute möchte ich gerne meine Chaotten auspacken. Die lagen jetzt zwei Monate im Kühlschrank in Zeitung verpackt und jetzt hole ich die raus und zeige euch ob welche vergammelt haben welche nicht und dann versuche ich die dann sortieren und mal gucken was ich damit alles mache. Welche tue ich in die Beutel rein, welche ins Wasser, welche einfach auf der Fensterbank lege ich lassen. Also, поехale, auspacken! So sehen die verpackt aus und da lagen die im Kühlschrank. Da sieht man überhaupt keine Feuchtigkeit. Das liegt am guten Kühlschrank. Also die erste Chaotten packen wir aus. Mal schauen. Oh, oh, die sieht richtig schön aus. Die keimen schon aus. Die kann ich schon ins Wasser rein tun. Wunderschön. Da wird auch was. Die sieht richtig gut noch aus. Wie frisch. Die sieht nicht so toll aus. Aber die keimen schon aus. Die tue ich einfach ins Wasser so stellen. Mit Hinterteilen. Und mal gucken ob da was auskeimt. Die ist richtig so. Das wird aber ein Exemplar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also so sieht das aus. Ich habe 17 Chaotten. Und mal gucken wie viele ich Pflanzen daraus bekomme. Also wer Interesse hat, Folgen nicht vergessen. Und noch was. Nächste Woche will ich schon anfangen mit Paprikasamen Fockkeimen. Wie ich das mache. Und welche die Erde ich dazu nehme, um die Pflanzen vorzuziehen. Das könnt ihr alles erfahren, wenn ihr auch diese Glocken aktiviert und benachrichtigt werden. Und noch möchte ich auch meine Gurken verädeln. Einfach aus Spaß. Mal gucken was da rauskommt. Also wie gesagt. Folgen nicht vergessen. Glocken aktivieren, dass ihr immer benachrichtigt werdet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.